Hallo, ich bin die Jasmin und habe meine Lehre als Logistikerin bei der FedEx Express SwissPost machen dürfen. Am besten nehme ich euch gleich mal mit. Ich entlade die Güter mit dem Stapler. In diesem Bereich kontrollieren wir, ob die Sendungen deklariert wurden. Ich sortiere für die Sendung nach Bestimmungsort. Die Güter werden mit dem Hauptwagen verladen. Hier lege ich die Exportsendungen. Die werden dann mit dem Förderband weitergeleitet und sortiert. Die Sortiermaschine wiegt die Päckchen, misst das Volumen und von jeder Sendung wird nur ein Foto gemacht. Die vollen Gitterboxen und die Paletten werden dann in die LKWs verladen. Wir arbeiten eng mit den Zollbehörden zusammen und unterstützen sie bei der Kontrolle der ausgewählten Sendungen. In der Abteilung Andel werden die unzustellbaren Sendungen zwischengelagert. Ich kontaktiere die Kunden und organisiere einen neuen Liefertermin. Wenn wir dieses Interesse geweckt haben, dann bewirte dich doch jetzt. Tschüss zusammen! Vielen Dank.